Hi, mein Name ist Wiebke Maibor und ich werde am 18.09. Karsten Vollmer wählen. Er ist für mich ein Bürgermeister, der die Stadt Bad Hersfeld voranbringt und mich besonders als jungen Menschen ernst nimmt und meine Probleme. Er ist ein guter Zuhörer, sieht Probleme, packt diese an, ist kreativ und auch einfach ein super Kerl. Deswegen werde ich ihn am 18.09. wählen und ich hoffe, ihr werdet ihn auch wählen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020